Hallo, ich bin's, die Steffi Frohmann von Sonnenklar TV. Ich habe Ihnen ein Angebot des Tages mitgebracht, das mich sehr beeindruckt hat und das ab 2014 mit einer tollen Neuerung auf Sie wartet. Dazu aber später mehr. Erst einmal dürfen Sie sich, wie ich, auf die Algarve freuen. Nur ca. eine Fahrtstunde von Ihrem Zielflughafen Faro entfernt, liegt das Vier-Sterne-Hotel Bahia Kristall. Hoch über dem Meer gelegen verspricht die Anlage vor allem eins, tolle Aussichten. Das Haus hat viele Stammgäste, die zu Recht regelmäßig ihren Urlaub hier verbringen. Ich durfte mir selbst von dem Haus ein Bild machen. Aber nicht nur ich, sondern auch das gesamte Kamerateam war sehr beeindruckt. Ich habe ja schon vor 25 Jahren Urlaub an der Algarve gemacht. Hätte ich damals das Bahia Kristall gekannt, ich hätte dort eingecheckt. Vier Sterne, die auf ganzer Linie überzeugen. Zum einen der Service, sowas von herzlich. Und das Essen, lecker. Dann finde ich die Anlage an sich sehr angenehm, klein, gemütlich, so richtig kuschelig. Und nicht zu vergessen, dieser grandiose Strand ist ungefähr anderthalb Kilometer entfernt. Aber dann wartet auf Sie die Dramatik des Atlantiks. Hammer! Auch im Sommer sollte Entspannung nicht zu kurz kommen. Deshalb spendieren wir Ihnen eine kostenlose Massage. Zum Spa mit Sauna, Whirlpool und Schwimmbecken haben Sie freien Eintritt. Schnell sein lohnt sich, denn nur heute bekommen Sie zusätzlich ein Upgrade auf All-Inclusive ohne Aufpreis. Diese Neuheit in Bahia Kristall garantiert Urlaub ohne Nebenkosten. Überlegen Sie nicht lange und sichern Sie sich eine Woche Erholung an der Algarve.